Musik Moin meine Sportsfreunde und herzlich willkommen hier in IQ's Kitchen zu einem neuen Cooking Wednesday und heute werde ich ein Brot für euch zubereiten, ein Frühstücksbrot, also eine süße Variante Ich zeige euch natürlich wieder was wir hier rein machen, die Makros bekommt ihr am Ende eingeblendet Die Zubereitung, die gibt es ab sofort immer als Short Clip in der Schnellversion Ihr findet dann unten in der Beschreibung die Zutaten, die verwendeten Produkte und alle Infos, die ihr sonst noch so benötigt Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los Hier seht ihr was wir verwenden werden, ich habe hier Kokosmehl, das dahinter sind Instant Oats, natürlich eine Banane für ein Bananenbrot Dann haben wir hier Zimt, Backpulver, das hier ist Whey Protein, das Impact Whey von MyProtein im Geschmack Vanille Wir werden ein Ei verwenden, das hier ist Erdnussmehl, damit arbeite ich in letzter Zeit super gerne Weil es einfach entölt ist, dementsprechend natürlich weniger Fett hat als Erdnussbutter, aber den gleichen Geschmack Das hier ist Naturjoghurt und wir werden auch noch eine Prise Salz mit rein machen Vielleicht auch noch die ein oder andere Flat Drops, schauen wir mal, wir legen jetzt erstmal los Und wir werden auch noch mal, wir werden auch noch ein paar Reis sagen, wir sehen uns doch noch ein paar Mal, wir haben dann auch noch ein paar Mal, wir sind auch noch kein paar Zeug, wie wir sind das hier ist und ja auch noch ein paar Interessen haben, wir sehen uns doch noch ein paar Mal, wir sind gut drauf Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.